Als Background-Sänger wird man oft nicht so gewürdigt. Was wir tun, hat eine ganz eigene Ausstrahlung. Dieser Weg nach vorn ist schwierig. Bitte kein Radio. Eine Diva ohne ihre Lieblingsmühle. Ich verstehe das nicht. Starsley Springsteen, Elton John oder Stevie Wonder wollten wissen, wer diese Sängerin ist. Darum ging es mein ganzes Leben lang, aus dieser Gabe etwas zu machen. Claudia Linnea war die heißeste von den I-Cats. Ein heißes, schönes Mädchen. Ich habe mir nicht vorgenommen, heute Abend bin ich ein Sexsymbol. Sie waren ein Playboy. Am liebsten trete ich zurück und lasse sie einfach machen. Background-Gesang ist ein Sprungbrett. Aber er kann auch wie Treibsand sein. Es gibt keine Garantien im Showbusiness. Ich hatte gedacht, wenn ich alles gebe, was ich habe, werde ich automatisch zum Star. Um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, arbeitete ich als Putzfrau. Ich hielt inne und dachte, da draußen sind jede Menge Leute, die dich hören wollen. Sie behaupten ihren Platz. Sie sind Legenden. Es ist meine Honour zu beendet in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Und jetzt ist es Zeit für Miss Darlene Love. Schöne Redaktion Untertitelung des ZDF, 2020